Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir üben in Kapitel 9 weiter die Bildung des Perfekts. Wieder eine Übung mit den starken Verben. Ich werde Olga wieder fragen und zwar im Präsens und Olga wird im Perfekt antworten. So, bitteschön Olga. Hallo Olga. Frage Nummer 1. Nimmst du am Deutschkurs A1 Teil? Ich habe schon am Deutschkurs A1 Teil genommen. Ich habe schon am Deutschkurs A1 Teil genommen, ja? Ich habe schon am Deutschkurs A1 Teil genommen und zwar erfolgreich, nehme ich an, ja? Nummer 2. Bietest du bei Ebay mit? Ich habe schon bei Ebay mit geboten. Nummer 3. Triffst du deine Freundin heute noch? Ich habe schon meine Freundin heute getroffen. Ich habe meine Freundin schon getroffen oder ich habe meine Freundin heute schon getroffen, ja? Ich habe meine Freundin heute schon getroffen. Schon getroffen, ja? Nummer 4. Empfiehlst du deiner Freundin den Deutschkurs? Ich habe schon meiner Freundin den Deutschkurs empfohlen. Empfohlen. Ich habe meiner Freundin den Deutschkurs schon empfohlen, ja? Auf empfehlen liegt die Betonung. Ich habe meiner Freundin den Deutschkurs schon empfohlen. Nummer 5. Bittest du deinen Freund um Rat? Ich habe meinen Freund um Rat gebeten, ja? Ich habe meinen Freund um Rat gebeten und er hat dir hoffentlich einen guten Rat gegeben, ja? Nummer 6. Trinkst du noch etwas? Ich habe schon getrunken. Ja, danke. Ich habe schon etwas getrunken, ja? Ja. Danke, Olga. Bitte.